Ja, die Basis und oder wir 2020 werden regieren. Bei der ersten Landtagswahl im Frühjahr braucht man 5 Prozent, dann kann man 20 erreichen, dann 28 und dann bei der Bundestagswahl mit 28 den Kanzler stellen und dann in der nächsten Bundestagswahl mit 56 Prozent allein regieren. Diese 56 Prozent sind ja die, die die Wissenschaftler des Weltrates in einer simulierten Bundestagswahl, also der nextscientistsforfuture.de vom Weltrat, in einer simulierten Bundestagswahl erhalten haben. Das ist also das Potenzial, das über die externen Reformer zur Verfügung steht. Ja, und wir müssen uns ganz klar sein, dass die Basis und wir 2020 und oder werden nur dann regieren, wenn sie nicht die schlimmsten Anfängerfehler machen, die man als Parteien machen kann. Ja, man muss sich immer klar sein, dass die besten Reformer niemals Mitglied dieser Parteien werden. Zum Beispiel Christian Felber von der Gemeinwohlökonomie wird wohl niemals bei die Basis, er ist Österreicher sowieso, aber er würde auch sonst niemals Mitglied werden bei die Basis, weil er seine Gemeinwohlökonomie separat halten muss und will. Also kann man höchstens intern in der Partei über Christian Felber, über Professor Hans-Werner Sinn, zum Beispiel Professor Hans-Werner Sinn sagt auch ganz klar, dass er niemals Mitglied einer Partei würde. Ja, und Professor Truger von den Wirtschaftsweisen ist ganz sicherlich auch an eine völlige Überparteilichkeit gebunden. Ja, also das heißt, diese besten Leute kriegt man nie in die Parteien rein, sondern man muss die als externe Reformer, als externe Experten entweder mindestens über sie referieren, wobei wir von den Next Scientists for Future eben immer anbieten können, über sie referieren zu können. Aber auch intern sollte es dann Leute geben, die darüber referieren. Aber der größte Fehler wäre zu denken, man käme als parteiinterne Reformer auch ohne diese externen besten Reformer aus. Das ist ein ganz schwerwiegender Irrtum, weil dadurch wird dann das Parteiprogramm ineffizient, wertlos und dann spüren auch irgendwie die Bürger, das taugt nichts, das bringt nichts, das ist nicht durchdacht und so weiter. Also von daher, nur als externe Reformer kann man die besten Leute hinzuziehen. Auch der Weltrat darf ja nicht Mitglied einer Partei werden. Es sind ja nur einzelne Personen, die Ausnahmegenehmigungen bekommen haben, eventuell doch Mitglied von die Basis oder von wir 2020 werden zu dürfen. Aber die wichtigen Personen dürfen das nicht, weil die Unabhängigkeit und die Überparteilichkeit ist ja ein Versprechen an die Welt, das auch der Weltrat und die Next Scientists for Future geben. Also insofern muss sich jede neue Partei klar machen, die parteiinternen Reformer sind relativ unwichtig. Es geht darum, möglichst das Wissen der parteiexternen, der externen Reformer anzapfen zu können. Und wenn man das nicht macht, dann wird man unter der 5%-Hürde bleiben, auf jeden Fall. Ja, und dann kann ich heute mal zeigen, so, ach so, hier unten rechts an dem rundlichen Ding wieder die Geschwindigkeit schneller drehen, bitte. Ich will sozusagen mal Einblick geben in das, was wir ja nennen, das Wissenschaftshandwerk im Bereich Staatsreformer und Reformdesign oder Staatsmanagement, so heißt es. Ja, darum geht es. Und das richtet sich nach so vielen Bedingungen, ja. Ja, und heute habe ich mal gestern und heute darüber nachgedacht über die ortsmäßige Aufteilung. Ja, zum Beispiel kann es in uns passieren, dass, nehmen wir mal an, wir haben eine Großstadt. Dann müssen wir ja wissen, wird diese Großstadt von einem einzigen Wasserwerk versorgt oder von verschiedenen Wasserwerken? Ja, und dann ist die Frage, sind diese Versorger gebunden, also das heißt, sind die Bezirke, die sie beliefern, quasi durch die Rohrleitungen festgelegt und ziemlich schwer veränderbar? Ja, dann haben wir nämlich das Phänomen, wenn wir jetzt ja vergleichen wollen, welches Wasserwerk versorgt seine Menschen mit gesünderem Wasser? Dann müssen wir ja eine, möglichst eine Gruppe haben, die wir auswerten können, ja, und ich zeige das jetzt hier mal. Wir müssen ja eine Gruppe haben, wo haben wir Gruppen? Ich mache mal hier zum Beispiel, hier haben wir eine Gruppe, hier haben wir eine mögliche Gruppe, na, ja, so, hier, ja. Hier haben wir zum Beispiel jetzt ein Stadtgebiet, ja, und dann hätten wir vielleicht hier ein Wasserwerk beliefert, diesen Teil hier. Und dann die anderen Wasserwerke, diesen Teil und diesen Teil und diesen Teil. Und diese Bezirke, die man jetzt in der Karte eintragen würde, sollten sich von allen anderen Bezirken unterscheiden. Denn wenn wir jetzt zum Beispiel, den Bezirk hätten hier, diesen Bezirk, also Wasserwerk 1, ja, wenn zufällig jetzt Richter 1 auch den gleichen Stadtbezirk bekommen würde, wie wollen wir dann bei den Wohlfühlstimmen oder Wohlfühl- und Sicherheitsstimmen, ja, wie wollen wir jetzt die Wohlfühlstimmen dieser Bürger hier, wie wollen wir entscheiden, wie viel Anteil ist Leistung des Richters und wie viel Anteil an den Verbesserungen der Wohlfühlstimmen ist Anteil des Wasserwerkes. Können wir dann praktisch nicht unterscheiden. Also müssen wir es ja so machen, dass wenn wir hier ein Wasserwerk haben, ja, und dann die Grenzen eingezeichnet haben, ja, und das vielleicht feststeht oder so oder auf Dauer feststeht, dann müssen wir zum Beispiel die Bezirke der Richter überlattend machen. Also zum Beispiel in der Mitte dieses Wasserwerkbezirkes, den Richterbezirk und dann muss der auch noch einen anderen Wasserwerkbezirk überlappen oder erreichen oder abdecken. Und dann können wir die Richter unterschiedlich auswerten von den Effekten, die die Wasserwerke auf die Bevölkerung haben. Und dann können wir die Richter rausfiltern, die also die höchste positive Wohlfühlwirkung haben. Genauso müssen wir, wenn wir die Staatsanwälte auch wiederum unabhängig haben wollen von den Richtern, müssen wir auch wieder diese Bezirke, für die die zuständig sind, davon lösen und müssen wieder eine, müssen also sozusagen hier, ich mache es mal jetzt hier, müssen also über eine Großstadt oder über eine Region, also hier lauter sozusagen unterschiedliche Karten machen der Zuständigkeiten. Ja, die Polizei sollte dann wieder, wahrscheinlich wieder unabhängig von der, also ein Polizeiobermeister, der also ein ganzes Team, ein ganzes, wie sagt man, einen ganzen Drei- oder Vierschichtbetrieb, besser wäre Vierschichtbetrieb oder so, Vierschichtenbetrieb leitet und dafür verantwortlich ist, der muss sozusagen eine Region haben hier, für die er zuständig ist, ja. Aber sozusagen diese Region darf nicht die gleiche Region sein, die einem Oberstaatsanwaltschaft zugeordnet ist, sondern der Bezirk des Oberstaatsanwaltes muss zum Beispiel dann von der Mitte dieser Region zu dieser Region, zur Mitte dieser Region gehen, damit eben die Leistung der Oberstaatsanwaltschaft, dieses Oberstaatsanwaltes trennbar, auswertbar ist von der Leistung dieses Polizeiobermeisters. Also Sie merken, mit was für komplizierten Dingen sich die externen Reformer bei der Ausübung des Wissenschaftshandwerkes im Bereich Staatsmanagement und Reformendesign beschäftigen müssen. Und bitteschön, welches parteiinterne Mitglied hat wirklich die Zeit und die Kompetenz, sich damit wirklich bis in alle Details dann im Ernstfall zu beschäftigen? Ja, deswegen ist es doch dann gut, wenn die externen Reformer unentgeltlich den Parteien bei der Arbeit in den Ministerien zur Verfügung stehen. Ja, und zum Beispiel, dann muss man sich überlegen, will man ein Arbeitsamt pro Großstadt haben, einen Arbeitsamtleiter pro Großstadt, dann kann man quasi nur die verschiedenen Großstädte und die Arbeitsamtleiter miteinander vergleichen. Besser wäre es doch, die Großstadt mindestens in zwei Bezirke aufzuteilen oder, ja, also zum Beispiel dann kommen wir auf das Problem, was ist, wenn wir die Arbeitsamtmitarbeiter alphabetisch, die im Moment ja möglicherweise ihre Kundschaft alphabetisch zugeordnet bekommen haben. Dann müssten wir aber, wenn es in der Stadt mehrere alphabetische Zuordnungen gibt, müssten wir dafür sorgen, dass diese alphabetischen Zuordnungen sich immer systematisch unterscheiden, zum Beispiel vom Wohnungsamt oder von anderen Dingen, ja, oder wenn es irgendwo buchstabenmäßige Zuordnungen gibt, damit wir wiederum gucken können, welchen Effekt hat der Leiter des Arbeitsamts 5 sozusagen, der Amtsleiter 5 auf die Bevölkerung und bei dem Wohlfühlstimmen und welche Auswirkungen hat die Behörde Y auf sozusagen der Behördenleiter, sagen wir mal 7 auf die Buchstabengruppe so und so, ja. Und das muss man dann wahrscheinlich getrennt haben, vermute ich mal, weil ich sonst nicht nur schwer auswerten kann, wer welche Leistung gebracht hat, ja. Und bei den Arbeitsämtern muss natürlich noch hinzukommen, dass man natürlich guckt, wenn, wenn dann ein Arbeitsamtmitarbeiter zuständig ist für bestimmte Buchstaben, ja, dann muss man gucken, dass der, der kriegt natürlich seine Verdienstzuschüsse nur natürlich für jeden, der in Arbeit untergebracht ist und in Arbeit untergebracht bleibt und das natürlich parallel zur Höhe der Steuern und Abgaben, die dieser Mitarbeiter dann zahlt, ja, und so weiter an die Staatskasse. Und davon kriegt dieser, kriegt der, kriegen die Arbeitsamtmitarbeiter bestimmte Prozentsätze als ihre Verdienstzuschüsse neben einem möglichst kleinen Grundgehalt, ne. Also müssen wir sozusagen überall Karten, also für jede Großstadt, für jede Region müssen Karten so kunstvoll gezeichnet werden, dass es überall unterschiedliche Zuständigkeiten gibt, sodass wir immer gucken können, Aha, dieser Wohlfühlstimmenverbesserungseffekt, dieser Stichprobe der Bevölkerung ist bedingt durch sozusagen diese unterschiedlichen Herkünfte sozusagen. Zum Beispiel bei den Arztpraxen und Rechtsanwaltskanzleien ist es relativ einfach, denn die haben ziemlich verzackte Stichproben. Das sind ja keine Karten, sondern es gibt ja auch einen Rechtsanwalt, vielleicht gibt es jemanden, der aus 20 Kilometer Entfernung zu diesem Rechtsanwalt kommt und jede Kanzlei hat also einen anderen Einzugsbereich, aus dem die Leute kommen. Von daher wird es da genügend Unterschiedlichkeiten zwischen den Arztpraxen, den Rechtsanwaltkanzleien und so weiter geben, sodass man das immer gut getrennt voneinander auswerten kann. Und bei den Supermärkten wird das ähnlich sein, da werden auch wieder die Kunden ja nicht nach Alphabet getrennt sein oder auch nicht nach einer Karte, sondern wer halt sozusagen, die einen gehen einen Kilometer weit für den Weg zu ihrem Lieblingssupermarkt, die anderen nicht und so weiter. Ja und so wird das dann gut auswertbar sein, aber auch zum Beispiel die Wohnungsämter, da muss man wieder vielleicht andere Kreise machen oder auch da geht es vielleicht dann um Buchstaben oder so, da muss man wieder andere Buchstabengruppen gestalten und so weiter. Ja und so muss man dafür sorgen, dass in einer Großstadt oder in einer Region sozusagen immer gute Auswirkbarkeit und Vergleichbarkeiten geschaffen sind. Und sie merken, das kann sich ja, vielleicht erfahren wir sozusagen plötzlich, dass bei den Wasserwerken es problemlos möglich ist, das Wasser auch durch andere Rohrleitungen zu pumpen und so weiter, sodass man dann also schon auch sogar Zuständigkeiten wechseln kann, sodass also sozusagen ein Wasserwerk mal zwei Jahre die und die Bürger, die und die Region der Bürger zum Beispiel ein Wasserwerk versorgt, zwei Jahre lang diese Region und dann guckt man, wie sich die Wohlfühlstimmen, die Gesundheitsdaten, die Langlebigkeitsdaten und die Reichtumsdaten verändern. Ja, gutes, sauberes Wasser führt zu positiven Effekten in all diesen Bereichen und dann wird dieses Wasserwerk, wird deren Wasser demnächst gepumpt in andere Dinge, wobei man jetzt aber gucken muss, natürlich fehlt dann die Verantwortlichkeit für die Rohrleitungen, denn es kann ja sein, dass die Gifte aus den Rohrleitungen stammen. Also Sie sehen, über was man alles nachdenken muss, wie man mal jetzt, also vielleicht muss man doch die Wasserwerke wiederum auch für den Zustand der Rohrleitungen zuständig machen und dann kann man nicht so einfach wechseln, ja, sondern dann muss man das vielleicht über viele Jahre hinweg sehen oder über zehn Jahre hinweg sehen, weil natürlich an den Rohrleitungen man erst im Laufe von Jahren etwas verbessern wird können und so weiter. Ja, also Sie sehen, wie verzwickt sowas ist und wie viel Nachdenklichkeit und Können es erfordert, solche sauberen Zuständigkeiten und Auswertbarkeiten zu ermöglichen, um dann eben faire Leistungsranglisten zu erstellen, die dann beim Bundeswahlleiter für alle offensichtlich sind. Da kann ich mit einem Mausklick erfahren, wo in der Rangliste steht mein eigenes Wasserwerk und so weiter. Also insofern, und natürlich werden die Verdienstzuschüsse an die Wasserwerker natürlich abhängig gemacht von meiner Wohlfühlstimme, zum Beispiel unter den Gesundheitsdaten, Langlebigkeitsdaten, Reichtumsdaten und so weiter. Ja, und dann zum Beispiel Bürgermeister. Ja, ich glaube, in Großstädten gibt es ja auch Unterbürgermeister. Da gibt es ja nicht nur die OberbürgermeisterInnen, sondern auch Unterbürgermeister und so. Und die müsste man dann auch wieder, da muss man auch wieder die Karte anders zeichnen, damit man die wieder getrennt auswerten kann. Damit man dann bei den Kommunalwahlen sozusagen auch wieder sagen kann, ja, der Unterbürgermeister, der in dem und dem Bezirk gewählt wurde, hat erreicht bessere Wohlfühlstimmenverbesserungen, als während ein anderer Unterbürgermeister eher Wohlfühlstimmenverschlechterungen erzielt. Ja, und so braucht man sozusagen, ja, so muss man das ziemlich kompliziert machen. Ja, und auch bei den Gesundheitsämtern, ja, ich gehe mal wieder auf das andere Bild, weil das hat so eine magnetische Kraft auf YouTube. Gesundheitsamt, ja, beim Gesundheitsamt, ja, da muss man auch wieder, müsste man auch, dass ein großstädtisches Gesundheitsamt wieder in kleine Unterabteilungsleiter der Unterabteilung, Gesundheitsämter und so weiter oder Jugendämter und so weiter aufteilen, wieder unterschiedliche Karten einzeichnen und so weiter oder über Buchstaben gehen oder was auch immer. Wobei über Karte gehen wahrscheinlich dann einfacher ist, weil als Jugendamt sollte man ja schon auch in der Region ansässig sein, wo man die Leute auch betreut. Und dann muss man, ja, also man kann dann Zuständigkeiten natürlich immer auch wechseln, wenn die, wenn dann nebeneinander liegende Bezirke sozusagen, das ist ja dann zuzumuten, da auch vom Job her zu wechseln oder Zuständigkeiten, dass Zuständigkeiten gewechselt werden im Rahmen einer zumutbaren Entfernung sozusagen. Ja, und überall müssen die Karten so gezeichnet werden, die Buchstabenzuordnung, alles muss so gemacht werden, dass man immer gucken kann, dass nicht sozusagen zwei verschiedene Personen für genau die gleiche Bürgergruppe oder Wählergruppe oder beziehungsweise, ja, Wählergruppe, denn entscheidend ist ja auch nur, wer die Wählerstimme, nämlich die Wohlfühlstimme abgibt. Ja, während man natürlich, man muss gucken, ob man die Gesundheitsdaten könnte man natürlich auch für alle Bürger erheben. Ja, während die Wohlfühlstimme ja sicherlich nur über Freiwilligkeit kommen kann und kommen wird. Ja, aber so könnte man dann wirklich immer gucken, aha, für diese Bürgerstichprobe ist eben, was weiß ich, dieses Jugendamt zuständig und dann guckt man mal, wie sich da der Frieden zwischen Kindern und Eltern sozusagen entwickelt in diesem Jugendamtsbezirk, ja, sodass dann die Jugendämter nicht mehr am meisten Karriere machen, die Jugendamtsmitarbeiter, wenn sie möglichst viele Kinder aus der Familie rausholen und möglichst viel Zwietracht zwischen Kindern und Eltern sehen, sondern wenn sie die Konflikte zwischen Kindern und Eltern schlichten, indem sie helfen, dass die Kinder wegkommen von den Drogen und so weiter, ja, und so dann die Jugendämter sich als ein Segen für ihr Viertel erweisen werden, ne, und so, denn sonst haben wir ja die Situation, wenn wir nicht positive Anreize in starker Form setzen, ist es ja so, dass wirklich jedes Fitzelchen der Gesellschaft, jede noch so kleine Sparte, hat ihre eigenen Vorteilbringenden Irrtümer, die in unseren Köpfen als Bürger, Bürger als parasitäre Meme, als Killerviren des Geistes manipulierend ankommen und uns dazu bringen, dass quasi jede dieser Sparten wirkt irgendwie wie ein Parasit oder wie ein Schmarotzer und versucht möglichst viel aus uns herauszuschlagen und geht dabei uns im Zweifelsfall über unsere Leichen, um was herauszuschlagen, ja, so wie eben, ja, wenn ein Impfkonzern, der will möglichst viel rausschlagen, indem er verkauft und er will möglichst wenig Haftung übernehmen dafür, für die Impfschäden, die dann die Folge sind und möchte gerne diese Haftung zum Beispiel dem Staat wieder übergeben, sodass er nur den Profit hat, aber nicht die Haftungskosten für die Impfschäden hat und so weiter. Und so ist jede Sparte, führt quasi einen Manipulations, einen nichtbewussten Manipulationskrieg mithilfe ihrer eigenen Vorteilbringenden Irrtümer immer gegen den Rest der Welt und den Rest des gesamten Landes und der gesamten Gesellschaft. Und das können wir nur beenden, indem wir so starke positive Anreize setzen, dass zum Beispiel jeder Impfkonzern, ja, jede Impffirma für bestimmte Regionen Deutschlands zuständig ist, wo nur diese Impfungen verabreicht werden, ja. Und dann wertet man aus und wenn die Wohlfühlstimmen in einem dieser kartografisch eingezeichneten Bezirke wiederum zum Beispiel die Wohlfühlstimmen sich sehr positiv entwickeln, dann scheint die Impfung insgesamt keinen negativen Einfluss gehabt zu haben. Und wenn ein anderer Konzern, der zuständig ist für ein anderes kartenmäßiges Gebiet, also für dieses Gebiet Deutschlands hier, ja, zum Beispiel, dann, dann, und dort die Leute unheimlich schlechte Wohlfühlstimmen abgeben, dann muss es da erstens sehr wenig positive Wirkung der Impfung gegeben haben und sehr viel schädliche Wirkung der Impfung gegeben haben. Und schon können wir die Verdienstzuschüsse für diesen Impfkonzern reduzieren, sodass er dann tendenziell pleite geht, während der andere überlebt im Wettbewerb. Und so kompliziert ist unser Wissenschaftshandwerk im Bereich Staatsmanagement und Reformendesign. Und bitte, neue Parteien sollten sich nicht der Illusion der Altparteien anschließen. Sie, die internen Reformer, hätten auch nur halbwegs die ausreichende Kompetenz, um so brillante Reformideen zu haben wie die externen Reformer, die externen Reformexperten. Genau das ist ja der Fehler auch der bisherigen Altparteien, dass sie in der Illusion leben, sie selbst seien, hätten intern, parteiintern ausreichend kompetente Reformentwickler. Deswegen war ja eine Gesundheitsreform nach der anderen in den letzten Jahrzehnten eine schlechter als die andere. Einmal hat man Reformen gemacht, da wurden die Patienten ans Bett angebunden, weil jeder Tag, den man die Leute länger im Krankenhausbett gehalten hat, wahres Geld gebracht hat, auch wenn es längst nicht mehr nötig war. Und so hat man dann die Bürger geschröpft. Nicht bewusst, man war einfach überzeugt, die Leute bräuchten noch ein bisschen Erholungszeit nach der Operation und hat aber so, ohne dass es einem bewusst war, über diese vorteilbringenden Irrtümer, die dann ja in den Köpfen der Patienten als parasitäre Meme ankamen, die dann auch damit dadurch überzeugt wurden, sie müssten noch bleiben und sollten noch bleiben. Aber dadurch wurde, und die Krankenkassen wurden ja auch so überzeugt, dass sie das zahlen müssen und so weiter. Und so wurden alle anderen geschädigt, nur die Krankenhäuser selber hatten dadurch Geld verdient. Und heute haben wir die Fallpauschalen und da werden manche Leute kriegen einen Tritt in den Hintern und werden mit blutigen Wunden auf die Straße gekickt, weil es jetzt nur noch Geld kostet, die Leute noch länger im Krankenhausbett liegen zu lassen, weil man dann keine neue Fallpauschale für eine neue Bettenbelegung kassieren kann. Man sieht also, wenn man die parteiinternen Reformen entwickeln lässt, dann wird das eine Katastrophe nach der anderen. Übrigens muss man irgendwann auch mal darüber diskutieren, ob wir wirklich eine Sicherheitsstimme brauchen, die für die innere Sicherheitsmessung zuständig ist, die getrennt ist von der Wohlfühlstimme, oder ob wir das alles mit einer einzigen Wohlfühlstimme für alles machen, sozusagen. Denn natürlich wirkt sich ein Raubüberfall, vor dem man verletzt wurde, auch auf die Wohlfühlstimme aus. Also ist es vielleicht gar nicht so leicht, Sicherheitsstimme zu trennen von Wohlfühlstimmen. Gut, ja, also wir brauchen auf jeden Fall für jeden dieser räumlichen Bezirke immer obere Verantwortliche, also Ober, Polizei, Obermeister, Oberste Richter, Oberstaatsanwälte, Oberrichter, Oberstaatsanwälte und so weiter, und die dann ihre Mannschaften nach bestem Wissen und Gewissen zusammensetzen und dann intern auch die Leistung der einzelnen Unterstaatsanwälte messen und so weiter. Das können wir Ihnen ja auch beibringen. Wie macht man eine interne Ranglistensituation? Wie schafft man Vergleichbarkeiten? Wie schafft man aus einer Oberstaatsanwaltschaft? Wie macht man dann Zuständigkeiten der Unterstaatsanwälte und so weiter? So, dass man dann auch deren Leistung, dass der Oberstaatsanwalt wieder deren Leistung sehen kann und sich dann von einzelnen Staatsanwälten trennen kann und neue anstellen kann, wo er bessere Ergebnisse erhofft. Und so, ja, dann brauchen wir auch nicht jeden einzelnen Staatsanwaltschaft auszuwerten, sondern immer nur die Oberstaatsanwälte miteinander zu vergleichen. Dann haben wir nicht so viele Daten auszuwerten, wie wenn wir jeden einzelnen. Genauso bei den Hausarzt-Ersatzpraxen und Teams, Hausarzt-Ersatz-Teams oder Hausarzt-Teams. Da brauchen wir nur den Hausarzt, die Hausärztin zu beurteilen oder zu auszuwerten, die Daten. Und die Verantwortung für eine Optimierung ihres eigenen Teams tragen die eigenen, die Hausärzte beziehungsweise Hausarzt-Ersatz-Teamleiter sozusagen, Hausarzt-Ersatz, auch die Alten- und Pflegeheimleiter, die ja den Status der Hausarzt-Ersatzpraxis bekommen. Ja, und dann haften quasi die Teamleiter dafür, dass sie ihr Team auch gekonnt die Leistung der Teammitglieder beurteilen, sich von weniger kompetenten Mitgliedern des Teams trennen und neue einstellen, die mehr Leistung versprechen. Positive Leistung im Sinne von Gesundheitsförderung, Wohlfühlensförderung, Langlebigkeitsförderung und Reichtumsförderung. Ja, das war das soweit. Also Sie haben jetzt mal wieder so einen kleinen Einblick bekommen. Und wie gesagt, heute Abend und morgen Abend wieder Stammtischtreffen der Partei Die Basis. Ja, das war es schon wieder für diese zurzeit politikorientierte wissenschaftliche Tagesschau heute. Tschüssi, bis bald.